Ja, solltet ihr jetzt doch noch nicht sicher sein, wie immer gibt es einen kurzen Überblick, alle Starter und ihre Voting-Nummer. Start Nummer 01, Eva, Zaubertricks. Start Nummer 02, Theresa, Pferdefieber. Start Nummer 03, Nikolas, ich verstehe die Mädchen nicht. Start Nummer 04, Tanja, Flaschengeist. Start Nummer 05, Vanessa und Ron, Königskinder. Start Nummer 06, Lisa, ich bin sauer. Start Nummer 07, Melissa, wozu sind Brüder da? Start Nummer 08, Paul, der Typ in meinem Zahn. Ein wildes Tier, und egal wie es dreht, Satellit. Start Nummer 09, Stefanie, Satellit. Beets, sind wie ein Satellit. Gummi. Start Nummer 10, Fariba, Gummi. So rüpfig war das Gummi, so tut mir nur. Am Sessel kleben tut mir nicht gut. Ja!